Zettelwirtschaft. Seit heute gilt also die Registrierungspflicht in der Gastronomie in Wien. Andere Länder könnten folgen. Die Freude der Gäste hält sich eher in Grenzen. Im Studio ist Peter Dobczak, Fachgruppenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer. Spätfolgen. Genesene Corona-Patienten leiden oft noch lange an der Krankheit. Wie und warum, das wird am Universitätsklinikum im Deutschen Jena erforscht. Und Corona-Klasser nach Almabtrieb in Kärnten, in Hermagor, 150 Teilnehmer, auch die Landwirte müssen in Quarantäne. Guten Abend. In jedem Lokal, das man betritt, seinen Namen, seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse, also doch persönliche Daten hergeben müssen, das löst tatsächlich bei vielen kein so gutes Gefühl aus. Andere, die nehmen es dann eher gelassen. In Wien jedenfalls gilt diese Registrierungspflicht seit heute. Ein Lokalaugenschein von Stefan Lenglinger. Vor der Speisekarte wird die Gästeliste serviert. Name, Telefonnummer, Uhrzeit und Tisch und ausgefüllt ist der Wisch. Ich finde es in dem Sinn gut. Das hilft wahrscheinlich, die schon Corona-Besitzen ausfindig zu machen. Ich habe kein Problem damit und wenn man davon ausgeht, dass die meisten ihre Daten irgendwo abgeben für irgendwelche Newsletter oder sonst irgendwas, kann es kein Problem sein. Es ist neu, keine Frage, aber ich tue es gerne. Danke, Herr Schossen. Nicht mit jeder Kundschaft läuft es so reibungslos, erklärt Erwin Andahl vom Gasthaus Warmbacher in Hietzink. Einige wollten es einfach nicht verstehen, dass sie jetzt da was ausfüllen müssen, weil sie sich kontrolliert fühlen, in der Freiheit eingeschränkt. Schauplatzwechsel. Im Leto in der Wiener Innenstadt wird weniger Papier gedruckt. Hier registrieren sich die Gäste mittels QR-Code am Handy. Mit Handy geht es einfach schneller, viel schneller, weil wir alle daran gewöhnt sind, aber mit Stiftung Papier bin ich mir nicht sicher, dass dann alles durchgeschaut wird. Egal ob digital oder Papier, die Listen bleiben 28 Tage lang im Lokal. Nur wenn es einen Corona-Fall gibt, gehen die Daten dann ans Gesundheitsministerium und die Gäste werden informiert. Nur wenn jemand ist krank oder wird krank. Sonst natürlich, wir benutzen das nicht für Reklame, Advertisement oder wir verkaufen keine Daten. Obwohl Gäste und Betreiber Bedenken haben. Vielen Lokalen in Wien ist die Registrierungspflicht lieber als eine Sperrstunde um 22 Uhr. Auch in anderen Bundesländern überlegt man jetzt, das Modell Gästeliste einzuführen. Die Wirtschaftskammer hat dazu eine Blitzumfrage gemacht und da hat fast jede und jeder zweite angegeben, sich eigentlich nicht registrieren lassen zu wollen. Große Skepsis. Also bei mir ist der Fachgruppenobmann Gastronomie der Wirtschaftskammer in Wien, Peter Topczak. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, die Begeisterung hält sich eher in Grenzen. Verstehen Sie die Skepsis? Ich verstehe die Skepsis, wobei schon eine gewisse Aufklärung notwendig gewesen wäre. Das heißt, die Verordnung ist ziemlich kurzfristig gekommen. Wir hatten auch sehr kurzfristig Zeit, uns nur darauf vorzubereiten. Vier Tage eigentlich nur. Naja, es war Freitag und da ist das Wochenende dazwischen. Also gar nicht mal so lange. Und da sind natürlich viele Fragen offen geblieben, die wir jetzt erst kurzfristig heute klären konnten. Das heißt, das Misstrauen ist groß noch. Das heißt, Sie glauben, Ihnen gelingt es das in einen Vertrauen umzuwandeln? Das hoffe ich sehr. Es haben sich zwei Cluster, wenn Sie so wollen, herauskristallisiert. Die erste ist natürlich die Sorge um die Datenschutzgrundverordnung. Aber da kann ich jedenfalls Entwarnung geben. Denn wir nehmen die Daten, wir haben uns verpflichtet mit Unterschrift auf dem Formular, dass diese Daten ausschließlich der Gesundheitsbehörde auf Verlangen ausgehändigt werden. Mit anderen Worten, die Daten verschwinden entweder auf einem Server, sitzt nicht einmal der Gastronom oder in der Schublade und werden nach 28 Tagen vernichtet. Was erwacht Sie so sicher, dass die tatsächlich nicht irgendwo herumliegen, ewig in irgendwelchen Schubladen, sondern vernichtet werden? Das hoffe ich ja doch nicht. Aber wir haben ja jetzt, nachdem es heute erst begonnen hat, noch einen Monat Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und der zweite Cluster ist in Wirklichkeit die Angst vor der Quarantäne. Also wenn man sich registriert und dann passiert etwas und dann wird man angerufen, okay, fein, du musst zehn Tage in Quarantäne. Das ist natürlich für viele abschreckend. Und hier wäre es gut, wenn man Schnelltests möglichst rasch einführt, dass man sagt, okay, du bist vielleicht gefährdet, mach mal einen Test. Nein, Diagnose negativ, kannst du am nächsten Tag wieder ins Büro gehen. Jetzt kann man ziemlich süß davon ausgehen, hat man schon Beispiel, in Deutschland macht das ja schon viel länger, funktioniert mehr oder weniger ganz gut. Davon ausgehen, dass da einige, die skeptisch sind, halt Scherznamen angeben und dann mit Mickey Maus unterschreiben oder so. Wie kann man das verhindern? Das kann man nur mit dem Wiener Schmäh verhindern, dass man erklärt, dass man erklärt, warum das gut ist und dass wir zusammenhalten müssen, um das Coronavirus zu besiegen. Denn letztendlich, leider wie so oft, bleibt die Verantwortung beim Gastronomen hängen. Das heißt, wenn also tatsächlich dort Mickey Maus eingetragen wird, dann gilt das als Verweigerung der Eintragung und dann stellt sich das Rathaus vor, dass wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen und den Gast nicht servicieren oder in das Lokal verweisen. Als Praktiker kann ich jetzt schon sagen, dass das sicherlich nicht stattfinden wird, weil ich kann meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier sicherlich nicht in irgendeine Diskussion mit den Gästen hetzen. Das sagt, okay, bitte verlasse jetzt das Lokal. Also noch einmal. Man kann es ja schwer kontrollieren, weil Mickey Maus ist jetzt relativ offensichtlich, aber wenn jemand falsche Angaben macht und da tatsächlich was passiert und Corona-Fälle auftritt, dann haftet ja eigentlich der Wirt. Das ist doch ein Problem. Ja, wenn dort steht Peter Müller und ich muss annehmen, weil ich habe ja keine rechtliche Grundlage, seinen Ausweis zu kontrollieren, was wir auch nicht machen würden. Wenn dort steht Peter Müller, dann muss ich das glauben und damit ist die Sache für mich erledigt. Wenn die Spalte frei bleibt oder dort steht Mickey Maus, dann ist es so offensichtlich, dass ich es erkennen muss. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen ein Müllenspiel. Auf der einen Seite, okay, wir sorgen dafür, dass die Listen funktionieren, die Gäste sind vielleicht unsicher. Auf der anderen Seite möge es dann vielleicht in zwei Wochen heißen, ihr habt eure Aufgabe nicht gut erfüllt. Jetzt gibt es einen Lockdown. Und somit ist das natürlich sehr traurig. Wir werden es beobachten. Herr Dopschak, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, man könnte fast ein bisschen den Eindruck gewinnen, in Europa ist so etwas wie ein Wettbewerb der Reisewarnungen ausgebrochen. Jeder gegen jeden. Auch heute ging es wieder munter weiter. Österreich setzte Regionen in Frankreich und Tschechien auf die rote Liste, Paris und Prag inklusive. Slowenien wiederum hat jetzt auch für Wien, Tirol und Vorarlberg eine Reisewarnung. Ausgesprochen, wie ja zuvor schon Deutschland oder Belgien. Mehr Fleckhalteppich als gemeinsame europäische Gesundheitspolitik, berichtet Raphaela Scheidreiter. Infektionszahlen schnellen in Belgien nach oben. Werbespots appellieren an die Eigenverantwortung, um ältere Menschen zu schützen. Das Land zählt fast 10.000 Covid-Tote. Auch die bekannte Brüsseler Gastronomie leidet. Jedes dritte Lokal muss zusperren. Es fehlen Touristen und Geschäftsreisende aus dem EU-Betrieb. Belgien gilt bei vielen Ländern als rote Zone, als No-Go für Reisende, was diese Demonstrantinnen und Demonstranten verärgert. Warum darf ein Flugzeug aus Luxemburg nach Tunesien fliegen, nicht aber ein Flugzeug aus Belgien? Hat der Luxemburger ein anderes Immunsystem als der Belgier? Da fragt man sich schon. Auch Reisewarnungen zwischen EU-Ländern sorgen für Verstimmung. Die EU-Kommission beklagt ein willkürliches Vorgehen. Die EU-Behörde fordert seit Monaten einheitliche Regeln, auch was Tests und Quarantänebestimmungen angeht. Wir bestehen auf ein koordiniertes Vorgehen in der EU, damit sich die Bürgerinnen und Bürger auch auskennen. Doch mehr als Appelle kann die Gesundheitskommissarin nicht ausschicken. Reisewarnungen sind Sache der Nationalstaaten. Und die Basis, auf welcher sie ihre Reisewarnungen treffen, wirkt auch sechs Monate nach Beginn der Pandemie weiter undurchsichtig. Noch weiß man relativ wenig über die Auswirkungen, die eine Covid-19-Erkrankung auf den Körper tatsächlich hat. Tatsache ist aber auch, dass viele Patientinnen und Patienten auch Monate nachdem sie die Infektion überstanden haben, immer noch schwere Probleme haben. Die werden nun am Universitätsklinikum im Deutschen Jena erforscht, berichtet Verena Gleitsmann. Ihre Corona-Infektion liegt bereits Wochen zurück, aber gesund fühlt sich Anja Wächter noch immer nicht. Sie ist erschöpft, kann nicht mehr gut riechen. Hinzu gekommen sind bei mir extreme Magenprobleme, die ich immer noch habe. Und ich habe Schmerzen beim Atmen, die ich vorher nicht hatte. Spätfolgen von Covid-19, die nun in Jena erforscht werden. Die Erkenntnis, jeder Fünfte, der schwer an Corona erkrankt war, leidet auch danach an erheblichen Folgen. Und auch Patienten, die zunächst keine Symptome hatten, können Wochen später plötzlich betroffen sein. Zum Beispiel neurologische Störungen, Schlaganfall ist ein Problem. Patienten haben auch Probleme am Herzen, Durchblutungsstörungen am Herzen, aber auch an der Leber. Mit der schweren Lungenentzündung, mit der man das Virus zunächst verglichen hat, habe das nur mehr wenig zu tun. Die Folgeschäden, die wir beobachten, ähneln vielen Patienten, die eine schwere Blutvergiftung mit Bakterien durchgemacht haben. Viele Fragen bleiben noch offen. Die Suche nach den Antworten, die hat gerade erst begonnen. Es gibt einen ziemlich großen neuen Corona-Cluster in Österreich. Schuld daran ist ein Almabtrieb, und zwar ausgerechnet im kärntnerischen Hermago, wo es bisher überhaupt keine Infektionen gab. Jetzt aber eben schon, denn so ein Almabtrieb wird traditionell gefeiert und nun müssen 150 Teilnehmer, natürlich auch die Landwirte dort, in Quarantäne. Alexandra und Martin Zankl sind seit Tagen in Quarantäne und dürfen das Haus nicht verlassen. Auch nicht, um ihre Kühe in ihrem Stall zu füttern und zu melken. Das zumindest sagte ihnen die zuständige Behörde. In dem Fall muss der zuständige Bauer dafür sorgen, dass Abhilfe geschaffen wird, dass vielleicht externe Leute wie der Maschinenring am Abschiebhilfe schaffen können. Wenn dies nicht geht, im äußersten Notfall, kann er einen Antrag an die Behörde stellen und dann kann eine Ausnahme gemacht werden. Aber es darf natürlich kein Kontakt zu anderen Personen stattfinden. Für den Vertreter der Landwirtschaftskammer ist ein solches Ansuchen aber nicht notwendig. Zur Versorgung der Tiere ist selbstverständlich auch, dass sie in den Stall gehen, das gehört dazu. Deshalb wird im Stall der Familie Zankl auch wieder gemolken. Seit heute in der Früh darf man also wieder in den Stall gehen, offiziell. Die Familie Zankl ist nicht die einzige Landwirtefamilie, die in Quarantäne ist. Nach mehreren positiven Fällen sind im oberen Geiltal insgesamt 150 Menschen betroffen. Wir machen noch einen raschen Blick auf die Wetterkarte. Morgen ist es in Vorarlberg trüb und nass, tagsüber fast der Regen dann Tirol und Salzburg. Sonst ziehen nur einzelne Schauer durch. Im Osten lockert es auf und es wird sonnig. Mit lebhaftem Wind bleibt es aber kühl. Am Mittwoch klingen dann letzte Schauer ab, überwiegend sonnig. Heute ist es am Donnerstag und es wird wieder etwas wärmer. Besser werden die Nachrichten nicht mehr. Also hören wir besser auf. Ihnen von uns allen hier einige ruhsame Nacht.